Liebe Zuseher, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass es bei HabterwasTV auch Fotoshootings gibt und dafür gibt es unsere Nicole. Hallo Nicole. Grüß dich Michael. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich behaupte jetzt, wir haben Jubel, 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 Jubel EU und deswegen verlosen wir heute was. Nicole, was verlosen wir oder was verschenken wir da draußen? Wir verschenken heute ein Lost Place Shooting. Richtig, eines von unseren vielen Angeboten. Wir machen Hochzeiten, Lost Places, was machen wir noch alles dazu? Fotoworkshops mit Schwerpunkt auf Pferdefotografie, Outdoor-Shootings, Rauchbomben, Rauchbomben Shootings mit amerikanischen Autos und Pferden und hübschen Frauen. Und hübschen Frauen, natürlich, ja. Lassen wir sonst gerne Gusten auf Rauchbomben und hübsche Frauen. Ja, wenn ihr das Photoshootings Lost Places gewinnen wollt, dann schickt uns jetzt ein Foto von einem Lost Place, das schönste Foto von einem Lost Place. Und die Nicole und ich besuchen sie das aus und das schönste Foto gewinnt bei uns das Photoshooting. Also, wir freuen uns auf eure Fotos. Ganz genau. Ciao. 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 Ciao.